Hey und Willkommen zu einer weiteren Folge Super Smash Bros. Ultimate. Heute gehen wir in den Klappisch Modus, weil ich nicht immer nur Story Mode will. Wir nehmen Yoshi. Das nehmen wir mal. Machen wir es mal nicht so schwer, machen wir mal 2,9. Okay, jetzt geht los gegen Wieser Knoss. Geh raus! Geh doch raus aus dem Scheiß Ei! Geh raus! Oh Gott! Geh raus! Nimm dies! Nein! Ich werf den Kugel mal einfach runter. BAM! Prost! Nice! Komm mal, trink einfach! Schade! Das wäre auch zu warm, schön zu sein. Oder so ähnlich. Nimm dich! Irgendwie ist das einfacher als erwartet. Tschüss! Beste! Tup tup tup! Trink! Zit fertig! Tup tup! Nein! Und tschüss, schade. Und tschüss. Ach, schade, komm. Das wäre auch schön gewesen, hätte das geklappt. Was macht das? Ach, das macht ein Heilungsfeld. Nein! Rot! Okay, wir sind schon auf Stufe 4,2. Oh, das machen wir noch ein paar mehr Gegner. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in das mittlere Ding stampfe. Hey, hat der mich gerade angeschlabbert? Es ist kein Schlabbert. Nein! Oh Gott! Komm her! Komm! Ja! Ja, easy! Komm her! 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 In zwei Runden kommt schon der Bosskampf. Haaa, da ist deine Größe negativ für dich. Okay, was kommt jetzt? Jetzt kommt irgendwie die Truhe. Ach im Bonus, ach nee. Ein schwarzes Loch verfolgt dich, fremde Welt, vier nach rechts. Okay. Scheiße, hier bin ich ganz falsch. Ja, dann mach halt auch. Ja. Ich dachte, das wird jetzt übrigens schwer oder so. Egal, jetzt kommt ein Bosskampf. Krathalos. Uh, gegen den haben wir schon mal gekämpft. Aber als Pause haben wir gegen ihn gekämpft. Obwohl wir anders als Yoshi gegen ihn gekämpft, glaube ich. Oh ja, Yoshi ist gut mit dem Eil gegen sie. Nein. Nimm das Ei. Ja, komm, Ei. Ei, Aua. Ei, Aua. Okay. Was macht er jetzt? Schade. Ei, Aua. Ei, Aua. dripping ich- Kommt, das wird knapp, das ist ne knappe Runde. Ok Ja Ich hab's geschafft Ok, das war knapp Easy Lachen Die Smash-Fertigkeit 1300, 200 1300, 200 1300, 200 1300, 286 So Und jetzt? Gut gemacht Habts geschafft Habts gut gemacht Mami, bist ihr stolz auf mich? Was hat daten für den Müll jetzt? Oh Gott, die Kredits Die fand ich im Smash-Post für die Wii U-Leute nicht besser Muss ich ehrlich sagen Oh Gott, das war's! Ja Und jetzt? Und jetzt? Ja Und jetzt? Ja Und jetzt? Ja Und jetzt? Ja Ja Ich bin Gott. Geht das jetzt vielleicht nicht? Ich weiß nicht, wie soll ich immer, dass hier explodiert? Und wieso ich manchmal nicht schießen kann, ist allgemein cool. So, dann ist das hier jetzt nicht. Komm, ich mach sie alle fällig. Sora, Nintendo. War Sora nicht aus Zelda? Was hat das hier mit Sora zu tun? Was macht der Olimar da links? Olimar, geh weg! Kusch, 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 kusch! Benz, die Mucke geil! Kämpfergeist Yoshi, Linde, in spirit, Ashley Perücke, Geld, GP, Tafeltausch, Ultrastörer, Itemblocker, Snacks. Ich glaub, das ist gut. Ticket! Gold! Hab's gut gemacht. Ähm. Ich glaub, wir machen nicht noch eine Runde. Gucken wir uns mal ein paar Wiederholungen an. Ja, ich weiß, wie die Wiederholungen funktionieren muss ich. So, was gibt's hier so viel Kämpfe, als man sich so angucken kann. Ach, ich hab keine. Wieder ein Video. Können keine Videos gefunden werden? Ja. 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 Gut, was haben wir unsere Lieblingsforsche? Man redet nicht von A-A. Das mache ich. Also jetzt wissen wir alle, dass Peach eine Grille ist. Das mache ich, dass Peach eine Grille ist, dass Peach eine Grille ist. Okay, was hat denn unser... Es klingt so, als würde er gerade auf Toilette sitzen und der Kloß kommt nicht raus. Da ist der Kloß rausgekommen. Okay, das ist langweilig. Oh Gott, ganz lustig hier. Wieso sind hier manche Sachen neu? Ach, das sind die neuen Charaktere? Hä, die hier sind aber nicht neu. Okay. Okay. Oh Gott. Gott! Okay Das ist doch Luigi! Bei seinem Sprintmatch. Das ist Luigi. Ich weiß nicht, ob er den in dem Spiel immer noch was hat. Was? Okay, gut. Ich glaube, das reicht heute. Obwohl hier knacken, Joe. Okay, gut. Jetzt war's von der heutigen Folge. Bis dann. Ciao.